Abszess im Sprunggelenk. Morgen ist okay. Und in drei Tagen bin ich dann hoffentlich wieder draußen. Und? Weswegen sind Sie hier? Mein Mann liegt hier. Na, Ihr erstes Kind? Ich glaube, ich packe das nicht. Das habe ich beim ersten Mal auch gedacht. Das war aber auch wie im Horrorfilm. Die Betäubungsspritzen haben nicht gewirkt. Meine Frau ist zu einer keifenden Furie mutiert. Und dann spritzen plötzlich die Blutfonteen. Was, Blut? Ich kann Ihnen nur Ratenzahlungen anbieten. Zum Beispiel sagen wir mal heute 30 Prozent der Gesamtsumme und dann pro Tag 10 Cent. Und in sieben Tagen haben Sie dann Ihren Euro. Was ist denn mit der Verzinsung von den 70 Cent? Meine Uhr okay? Die ist doch nichts wert. Echt Rot-Gold, 24 Karate. Macht Spaß mit Ihnen Geschäfte zu machen. Tito. Hey, Kisch! Mein Name ist Ali und ich habe viele Freunde. Zum Beispiel Äpfel, Tomaten, Pflaumen, Ananas, Aubergine, Gurken, Möhren und früher mal der Grieche dahinten. Ach, Riste! Hey, Ach, Riste! Kemperli, he temperli! Schnelli! Alir! Reager! Tom! Tom! Oh yeah.